Es wird die zweite Ecke für den FCM in diesem Spiel. Von der linken Seite von uns aus gesehen. Vollversammlung am 16er der Karlsruhe. Wie der Ball nun kommt, ob der kurz oder hoch oder weit? Momentan ja noch gar nicht. Er liegt noch, weil Schiri jetzt den Ball aus Freigibt. Auf den 5-Meter-Punkt. Tor! Jawohl! Luke Castaños! Kaum im Spiel und schon schießt er ein Tor. Wunderschön!